Hallo liebe, das ist jetzt mein Bewerbungsvideo für meinen Elite-Partner-Account, ich bin der Bumsinger Sepp, also Sepp, eigentlich weiß ich, also Bumsinger, den Nachnamen, den haben mir meine Spätsin gegeben, weißt du, beim Frühjahr noch, weißt du, also, weil ich früher, weißt du, also, heute auch noch, also, also, für Elite-Partner, Bewerbungsvideo jetzt, und bloß, dass du mich einmal kennenlernst, wie ich so, meine besten Eigenschaften sind, ich bin also total tolerant, total, ich verabschlehe jegliche Gewalt, ich bin, ich tue ganz gerne mal, ich tue mal, ich sauf, ich trinke, also, ab und zu mal Bier, weißt du, und ich freu mich, wenn es du auch mal mit trinkst, weißt du, dass wir mal sagen, jetzt sauf nach, dann mal in zwei, drei Kasten, weißt du, dass so ein blaues Auto, und ich tue ganz gerne, sag mal, ich bin sehr gesellig, selig, ich tue ganz gerne, ich bin immer am Stammtisch, also, Stammtisch sind wir halt öfters jetzt ein Ding, und da brauchst du aber nicht mitgehen, das heißt, also, da sollst du gar nicht, da ist also, da, nein, nein, da kann ich dich nicht, also, so, und, äh, wenn dir mein Video gefallen hat einfach, dann freue ich mich, wenn es du mir schreibst, ich bin der Bumsinger-Sepp, mein, äh, äh, mein Nickname auf Elite-Partner ist, der, der immer lalt, der, der immer lalt, ist mein, äh, Spitzennickname auf Elite-Partner, äh, und, das war es eigentlich von mir, dass ich, äh, ich freu mich, wenn es du, wenn es du mir gerne auch mit Foto, also, auch oben ohne, also, weißt schon, kannst du mir auch, verschickt mir mal ein Foto vorab, nicht, dass das du, also, total, also, Bissgurken, sag mal, äh, vorher, wenn es geht halt, oder, Ding, und, ja, das war es jetzt von mir, ich freu mich, wenn es du mir schreibst, dein Emil, und, bis dann, dein Bumsinger, ich bin der Sepp, gell, äh, muss ich jetzt da irgendwo hintocken? In den Stopp, Stopp-Taste, wo ist denn der Stopp? Hä? Karl-Heinz? Wo ist denn der Stopp? Wo ist denn der Stopp? Wo ist denn das jetzt? Jetzt sagen wollt, blöde, sauber, blöde, wo ist denn der Stopp-Taste in meinem Video? Und was mir einfach auch noch total wichtig ist, ist einfach, du sollst einfach ein gewisses Niveau haben, so wie ich. Findet wären ja auch durchaus die Abenteuerung! Ich hab benefits – du hübsms. Haha! So ist tatsächlich ein 24 albumgeschmungen. Vielen Dank.